Jennifer Lopez, sie postet Privates mit Ben Affleck. Jennifer Lopez, 53, feierte am 22. Februar den Geburtstag ihrer Kinder auf Instagram mit einem liebevoll geschnittenen privaten Video. Der Clip zeigt Bilder und Eindrücke aus dem Leben der mittlerweile 15-jährigen Zwillinge Emma-Maribel Munitz und Maximilian David Munitz. In den meisten Sequenzen ist auch die Sängerin zu sehen, wie sie ihre Kinder kuschelt. Drückt und küsst, stolz mit ihnen auf der Bühne steht, durch die Welt reist. Urlaub macht. In manchen Bildern sieht man auch Ben Affleck, 50, der seit fast zwei Jahren der Stiefvater der beiden ist, bei einer Autofahrt hält er den schlafenden Maximilian in seinen Armen. Auf einem anderen Foto sitzt die ganze Familie in einem Restaurant am Tisch. Zu dem Video schreibt Lopez in der Bildunterschrift, alles Gute zum Geburtstag. Meine wunderschönen, brillanten Kokosnüsse. Ich bin auf jede erdenkliche Weise so stolz auf euch. Ihr bringt so viel Freude und Glück in mein Herz und in meine Seele. Ich liebe euch für immer. Happy Birdie. Den Post garniert Lopez mit Emojis von Kokosnüssen, Herzen, Torten und dem Unendlich-Zeichen. Die musikalische Untermalung übernimmt passenderweise Taylor Swift's, 33, Song 15. Die Geburtstagskinder stammen aus der Ehe von Lopez mit dem Musiker Marc Anthony, 54. Die zwei waren von 2004 bis 2011 verheiratet. Mit Affleck ist die Sängerin und Schauspielerin seit 2021 wieder zusammen, seit 2022 auch verheiratet. Schon am Vatertag hatte sie auf Instagram ihr Lob für die Vaterqualitäten Afflecks ausgesprochen. Unter anderem schrieb sie, sie habe noch nie einen konsequenteren, liebevolleren und selbstloseren Vater gesehen. Dies gelbte nicht nur für seine eigenen Kinder, schrieb Lopez weiter. Der Schauspieler hat drei Kids mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner, 50. Verwendete Quellen, Instagram.com Iutex tu-i plin de dude, dume redate printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fie egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru Vivo-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt. De la un pui sălbatic, avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe, mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, swap-o, grasul nimeni altu, delvede sau carpo. Trebuie să... Să ne vedem la următoarea mea rețetă.